Komm rein, Herr. Mach die Tür zu. Ist alles in Ordnung, Harry? Ja, was meinst du denn? Na, wie ich aussehe. Ja, sicher ist alles in Ordnung. Trägst den gleichen Abzug. Also gut. Ah, das ist da so. Jawohl, Herr Kommissar. Guten Tag, Herr Kommissar. Ein Glas für den, der geht. Danke. Ein Glas für den, der kommt. Danke. Bitte. Herzlich willkommen. Besten Dank, Herr Kommissar. Prost. Prost. Erwin heißen Sie, glaube ich, gell? Ja, ich bin gemeldet. Augenblick mal bitte. Wo soll der Krefelder wohnen? Krefelder? In Düsseldorf, Mainzer Straße 17. Da ist er nicht bekannt. Der hat eine falsche Adresse angegeben. Der Wagen steht jetzt an der Autobahnausfahrt. Na ja, Anfang Verdi-Straße. Der Fahrer telefoniert. Untertitelung des ZDF, 2020 Pulser Straße 17. Der riddứ candidates. Der Herr Roller.